In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man homogene lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten lösen kann. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, sollen wir uns vielleicht das Lösungsschema schrittweise anschauen. Erster Schritt wäre, die allgemeine Gleichung zu überprüfen. Damit ist gemeint, die Form muss stimmen und bei bestimmten Aufgaben ist es auch notwendig, erstmal zuerst umzuformen, um die Gleichung sauber darzustellen. Im zweiten Schritt müssen wir das y mit ein e hoch Lambda x ersetzen oder substituieren. Und wenn wir nach Lambda umformen, ergibt sich dadurch das sogenannte charakteristische Polynom oder die charakteristische Gleichung und wird dann die Form von der unteren Gleichung haben, das ist eine quadratische Gleichung, weil unsere Differenzialgleichung eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung ist. Das bedeutet, sie kann ja maximal zwei Lösungen haben. Und diese Lösungen, wie wir uns erinnern können, also zum Lösen brauchen wir natürlich die ABC oder die Mieternachsformel. Und bei der Mieternachsformel kann entweder einfache Lösungen rauskommen oder es kann auch eine zweifache Lösung rauskommen, reelle bzw. komplexe Lösungen. Zu beachten ist an dieser Stelle nur die Tatsache, dass jede einfache Lösung für dieses charakteristische Polynom auch eine Lösung der Differenzialgleichung ist und jede zweifache Lösung zwei Lösungen für die Differenzialgleichung liefert. Beim Schritt Nummer 3 nutzen wir die Lösung des charakteristischen Polynom, um die Lösung der Differenzialgleichung zu bestimmen. Da habe ich hier an der Stelle versucht, eine kleine Übersicht zu machen. Und zwar, wenn Lambda eine reelle, einfache Lösung ist, dann liefert sie natürlich auch eine Lösung für die Differenzialgleichung. Also das ist nur eine Art Ressubstitution im Vergleich zu Schritt Nummer 2. Wenn Alpha eine reelle, zweifache Lösung ist, liefert sie wie abgebildet zwei Lösungen für unsere Differenzialgleichung. Dann kann natürlich sein, dass wir auch komplexe Lösungen haben. Erstmal der Form A plus IB. Das liefert uns passend dazu so eine Lösung für unsere Differenzialgleichung mit Cosinus. Oder auch eine komplexe Lösung der Form A minus IB. Und das sind ja natürlich beide einfache komplexe Lösungen. Und die liefern jeweils eine Lösung mit Cosinus und eine mit Sinus für die Differenzialgleichung. Wenn die komplexe Lösung zweifach oder eine doppelte Lösung ist, der Form A plus IB, sehen die zwei Lösungen für unsere Differenzialgleichung so aus. Und natürlich gibt es noch eine Möglichkeit, wenn die auch komplexe Lösung A minus I mal B ist und auch zweifach ist, dann sind die Lösungen oder beinhalten die Lösungen die Sinusfunktion. Mir ist ja klar, dass das jetzt alles auf einmal ein bisschen viel ist und nicht auf Anhieb verständlich. Aber vergiss nicht, ihr könnt jederzeit auf Pause drücken und euch in Ruhe diese Sachen anschauen und versuchen nachzuvollziehen. Der vierte und letzte Schritt wäre, nachdem wir jetzt die einzelnen Lösungen der Differenzialgleichung bestimmt haben, auch die allgemeine Lösung anzugeben. Wie hier unten abgebildet, da kommen einfach nur zwei Konstanten dazu und die einzelnen Lösungen werden zusammengezählt. Noch ein Hinweis an dieser Stelle, wenn ein Anfangsproblem vorliegt, also wenn zwei Bedingungen noch zusätzlich in der Aufgabenstellung vorgegeben sind, nutzt man diese Bedingungen, um die passenden Werte für C1 und C2, also für diese Konstanten, zu bestimmen. Was genau damit gemeint ist, sehen wir alles anhand von Beispielaufgaben. Und hier sind wir schon bei unserer ersten Beispielaufgabe. Und die lautet, bestimme die allgemeine Lösung der folgenden homogenen Differenzialgleichung zweiter Ordnung. Okay, wie bereits vorher erwähnt, im ersten Schritt machen wir einfach einen Augencheck, ob die Gleichung stimmt und in diesem Fall müssen wir wirklich nichts machen. Die Gleichung ist in sauberer Form, man kann nichts vereinfachen, nichts umformen. Also, dann sage ich einfach mal an dieser Stelle, dieser Schritt ist gedanklich erledigt. Im zweiten Schritt müssen wir das charakterische Polynom oder die charakterische Gleichung bilden. Und die wird wie folgt gebildet, also wenn y dann e hoch Lambda x war, dann können wir das vereinfacht so sagen. y' wird zu Lambda Quadrat. Dann haben wir minus 8 Lambda und plus 16. Und das ist eine quadratische Gleichung, die wir natürlich mit der ABC oder sogenannte Mitternachtsformel lösen können. Das werde ich jetzt auch gleich hier machen. Also, Lambda 1, 2 ist dann gleich minus b, ist in diesem Fall minus minus 8, also plus 8 plus minus Wurzel aus 8 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal 16. Und das Ganze durch 2 mal a, beziehungsweise in diesem Fall 2 mal 1. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, dann haben wir 8 plus minus, aus der Wurzel kommt natürlich 0 raus, 64 minus 64 sind 0, durch 2. Und das bedeutet, wir haben eine Lösung bei 4. Und zwar, das ist eine reelle doppelte Lösung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil diese zweifache reelle Lösung sagt uns dann im dritten Schritt, wie die Lösung unserer Differenzialgleichung aussieht. Zur Erinnerung, rausgeschnitten aus der oberen Lösungsschema. Wenn die Lösung reell und zweifach ist, dann entstehen zwei Lösungen für unsere Differenzialgleichung. Und die versuchen wir jetzt natürlich auch aufzustellen. Also, y1 wäre für uns als erstes nichts anderes als e hoch Lambda x. Also, wir haben dann e hoch 4x. Und die zweite Lösung, y2, wäre dann x mal e hoch 4x. Und mit dieser zwei einzelnen Lösung können wir dann die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung bilden, die genau diese Form hat, die ich hier eingeblendet habe. Also, damit können wir mit gutem Gewissen sagen, y ist dann c1 mal y1, das ist ja dann e hoch 4x, plus c2 mal x mal e hoch 4x. Da wir kein Anfangswertproblem haben, müssen wir auch hier an dieser Stelle nichts mehr machen. Also, die Aufgabe ist fertig. Hier ist unsere zweite Beispielaufgabe. Bestimme die allgemeine Lösung der folgenden homogenen Differenzialgleichung zweiter Ordnung mit dem Anfangswerten y von 0 ist 1 und y' von 0 ist 3. Und dann die Differenzialgleichung. Also, bei unserem ersten Schritt. Wenn wir diese Differenzialgleichung mit der sauberen Form vergleichen, da merken wir, dass ein bisschen was nicht stimmt. Und zwar vor dem y'', vor der zweiten Ableitung steht ja noch eine 2. Um das wegzubekommen, müssen wir natürlich die Gleichung zuerst hier durch 2 teilen. Und dann haben wir endlich mal eine saubere Gleichung. y'', minus 5y', minus 6y, ist gleich 0. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Und zwar, jetzt müssen wir das charakteristische Polynom oder die charakteristische Gleichung bilden. Und das ist jetzt kein Problem mehr. Wir haben dann entsprechend Lambda hoch 2, minus 5 Lambda, minus 6, ist gleich 0. Und das lösen wir wieder mit der ABC-Formel. Lambda 1, 2 ist dann 5 plus minus Wurzel aus 5 ins Quadrat, minus 4 mal 1 mal minus 6. Und das Ganze durch 2 mal 1. Wenn wir das noch ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir unter der Wurzel 25 plus 24 sind 49. Wurzel aus 49 sind natürlich 7. Dann haben wir 5 plus minus 7 durch 2. Und damit kriegen wir zwei Lösungen raus. Einmal Lambda 1. Und das sind dann 5 plus 7 durch 2 sind entsprechend 6. Und Lambda 2 haben wir 5 minus 7, sind minus 2 durch 2, ist minus 1. Und das sind zwei einfache, reelle Lösungen. Beim Schritt Nummer 3 werden wir wieder diese reelle Lösung nutzen, um die Lösung für unsere Differentialgleichung rauszubekommen. Zur Erinnerung wieder rechts eingeblendet. Also eine einfache, reelle Lösung führt zu einer Lösung der Differentialgleichung. Genau diesen Ansatz nutzen wir jetzt auch. Also für, wir hatten erstmal Lambda 1 hier. Für Lambda 1 gleich 6 folgt eine Lösung für die DGL. DGL y1 ist dann gleich e hoch 6x. Und für Lambda 2 minus 1 folgt dann die Lösung für die DGL e hoch minus x. Mit Hilfe dieser zwei Lösungen bilden wir dann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Und sie wird dann wie folgt auch sehen. Also wir haben hier an dieser Stelle y ist gleich c1 mal e hoch 6x und plus c2 mal e hoch minus x. Allerdings reicht das nicht aus für diese Aufgabe. In der Aufgabenstellung haben wir noch zwei Anfangswerte, die wir noch nutzen müssen, um die passenden Werte für c1 und c2 zu bestimmen. Und genau das machen wir als letztes. Wir lösen dieses sogenannte Anfangswertproblem. Zur Erinnerung, das war die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Und anhand der Aufgabenstellung haben wir zwei Anfangswerte bekommen. Einmal für y und einmal für die erste Ableitung. Beziehungsweise für y'. Das bedeutet, um die beide nutzen zu können, müssen wir hier noch kurz die erste Ableitung bilden. y', naja, die innere Funktion, die E-Funktion, kommt nach vorne, die 6. Dann habe ich 6 c1 mal e hoch 6x. Und mit der gleichen Taktik auch hier, da kommt die minus 1 nach vorne. Dann habe ich hier vorne minus c2 mal e hoch minus x. Und mit solcher Anbedingung kann man nur eine Sache machen, man kann sie einsetzen. Und das machen wir auch. Also wir sagen dann c1 mal e hoch 0 plus c2 mal e hoch 0 ist dann 1. Und mit der zweiten Gleichung haben wir dann 6 c1 mal e hoch 0 minus c2 mal e hoch 0 sind dann 3. Wenn ich das Ganze nochmal ein bisschen sauberer schreibe, e hoch 0 ist jeweils 1, dann habe ich c1 plus c2 sind dann 1. Und bei der letzten 6 c1 minus c2 an dieser Stelle sind dann 3. Wenn wir die zwei Zeilen miteinander addieren, dann fliegt c2 raus. Ich glaube, das ist ganz gut erkennbar an dieser Stelle. Und damit haben wir dann im Endeffekt 7 c1 sind gleich 4 und können dann entsprechend nach c1 umformen. Also wir teilen durch 7 und somit kriegen wir praktisch für c1 nichts anderes als 4 Siebtel. Mit Hilfe von c1 können wir dann auch noch c2 bestimmen. Also wir setzen eine dieser Gleichungen, zum Beispiel in der ersten, dann können wir an dieser Stelle sagen, 4 Siebtel plus c2 sind dann 1. Dann rechnen wir minus 4 Siebtel. c2 sind dann 1 minus 4 Siebtel sind dann entsprechend 3 Siebtel. Und damit haben wir dann die passen Werte für unser Konstanten. Und damit können wir jetzt die exakte Lösung der Differentialgleichung angeben. Also die Laute dann entsprechend y ist gleich statt c1 schreibe ich dann 4 Siebtel mal e hoch 6x plus statt c2 schreibe ich dann 3 Siebtel mal e hoch minus x. Damit ist die Aufgabe beendet. Und hier kommt die letzte Beispielaufgabe. Vor allem interessant für diejenigen von euch, die auch komplexe Zahlen in diesem Themengebiet haben. Also wir gehen wie gehabt vor. Schritt 1, Gleichung passt. Dann natürlich Schritt 2, charakterische Gleichung aufstellen. Das bedeutet an dieser Stelle werde ich einfach nur umschreiben. Lambda ins Quadrat plus 6 Lambda plus 10 sind 0. Und natürlich wenden wir wieder die ABC-Formel an. Also Lambda 1, 2, dann haben wir minus 6 plus minus Wurzel aus 6 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal 10 und das Ganze durch 2 mal 1. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, zuerst unter der Wurzel haben wir 36 minus 40 sind natürlich minus 4 und dann entsprechend minus 6 plus minus Wurzel aus minus 4 durch 2. Und Wurzel aus minus 4 sind plus minus 2i. Also habe ich dann minus 6 plus minus 2i durch 2. Dadurch entstehen zwei Lösungen. Einmal Lambda 1. Wir können auch jeder einzelne Term vom Zähler durch 2 teilen. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Also minus 6 durch 2 sind entsprechend minus 3. Und dann nehme ich die Lösung mit plus plus 2i durch 2 sind 1i. Natürlich ist das nur i. Ich habe einen bestimmten Grund, wieso ich das ausschreibe. Werdet ihr gleich sehen. Und Lambda 2 ist dann entsprechend minus 3 minus 1i. Und diese Lösungen führen dann beim dritten Schritt zu den Lösungen der Differentialgleichung. Zur Erinnerung. Ich blende es nochmal rechts ein. Wir haben einfache, komplexe Lösungen in diesem Fall. Und das hier rechts sind dann unsere Lösungen für die Differentialgleichung. Wir müssen nur die Zahlen einsetzen. Zur Erinnerung. Die erste Zahl ist natürlich immer a und die zweite ist b. Deshalb habe ich es auch hier ein bisschen genauer angedeutet. Dadurch kriegen wir zwei Lösungen für unsere Differentialgleichung y1. Also wenn ich jetzt Lambda 1 benutze, dann habe ich an dieser Stelle e hoch minus 3x. Und weil die Lösung positiv ist hier vorne, habe ich die Cosinus-Funktion, also mal Cosinus von und dann habe ich 1 oder 1x. Also hier an dieser Stelle ist es einfach Cosinus von und die 1 muss man nicht mehr hinschreiben. Die zweite Lösung ist dann entsprechend e hoch minus 3x mal Sinus von x oder von 1x. Und damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Das einzige, was wir noch hinschreiben können an dieser Stelle, ist die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Und die lautet y ist gleich c1 mal e hoch minus 3x mal Cosinus von x plus c2 mal e hoch minus 3x mal Sinus von x. Anfangswerte sind nicht vorhanden, deshalb sind wir an dieser Stelle mit der Aufgabe fertig. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich noch andere Arten von Differentialgleichung, zum Beispiel in jahre homogene Differentialgleichung in der Ordnung mit oder ohne konstanten Koeffizienten. Das gleiche auch in inhomogen, sowie spezielle Differentialgleichung erster und zweiter Ordnung und andere wichtige Lösungsansätze wie Trennung der Veränderlichung der Variablen oder Variation der Konstanten. Wenn Bedarf, findet ihr Tutorials zu all diesen Themen gleich im Abspann. Differentialgleichung